Hi, Dicker Josch, jetzt wieder einen DVD-Film und diesmal ist es Bad Boys 1, also Bad Boys, mit Martin Lorenz, Will Smith, wie bei Teil 2, mit der Collectors-Edition, ab 18 und geschnitten hast du dich gesehen. Es gibt auch schöne Szenen, aber es ist nicht so einer meiner Lieblingsfilme von Bad Boys, also Bad Boys allgemein ist nicht so mein Ding, andere mögen mich dafür hassen, aber egal, jeder hat einen anderen Geschmack, aber cooles Teil, hier seht ihr nochmal die Lauflänge, kann man gucken, ich habe ihn halt und deswegen reicht er mir auch auf der DVD, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. auf BD, ähm, jo, das war's, ich meine, man braucht nicht viel zu erzählen bei den Filmen, also wer ihn jetzt nicht kennt, der sollte mal suchen, wer es besser erklärt, ich will aber nur mehr oder weniger die ganzen DVDs mal zeigen, weil ich habe immer das Problem, wenn ich immer irgendwo Filme kaufe und dann welche Versionen sehe, ich weiß nie, wie geht das aus und so, von Bildern wird man nicht schlau, da ist ein Video schon besser, ne? Jo, das war's wieder, bis demnächst hat ich euch hier, bye!